Dann schreibe ich jetzt einen von euch rein. Ihr habt dann fünf Minuten, könnt euch ja mal zwischen dem Fahrrad zu kommen. Neue Testfahrer. Das ist doch ein richtiges Familienauto, oder? Von der Größe her? Ja, vielleicht schon. Was sagt ihr zu dem Dach mit den durchscheinenden Panels, oder soll das eher zu sein? Naja, es kommt zumindest mehr Licht rein, als normal. Es ist nämlich, glaube ich, geplant gerade, dass es nicht so kommt, sondern dass es eher innen wieder zu ist. Das ist auf jeden Fall interessant hier. Ja. Es ist irgendwie weird, wenn man diese Sachen in der Mitte hat. Ja, und ich denke, wenn du in der Nacht fahren kannst du es wie... Green. All green, all blue. Es sieht ein bisschen blue. Ja. 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 Sehr günstig für ein Elektroauto. 16.000 plus Batterie. Maximal 20.000. Ja. Ja. Zu viel? Zu wenig? Sehr günstig für ein Elektroauto. 16.000 plus Batterie. Das muss ich auch... Es ist kein... Ja. 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 Das ist eine... Ja. Ach so. Na klar. Ja. Ich brauche eine Frage. Du brauchst eine Frage. Wie plugst du es in? Ich brauche eine Frage. Das ist in der Front. Das ist für die Fahrer. Das ist für die Fahrer. Das ist für die Fahrer. Für die Fahrer. Das ist für die Fahrer. Das ist für die Fahrer. Das ist für die Fahrer. Von 3 Kilowatts bis 22 Kilowatts. Das ist für die Fahrer. Das ist die AC-Chargerung. DC-Chargerung. Das ist die CCS-Adapter. Das ist für die Fahrer. Das ist eine spezielle Adapter. Man findet die Fahrer-Station auf der Autobahn. Auf der Fahrer. Auf der Fahrer. Man kann es mit 50 Kilowatts mit 50 Kilowatts. bis 80% bis 80% und dann zu preventen der Heating der Batterie ist es schneller. Also, es dauert noch 15 Minuten. Wie viele Kilometer sind? 250 Kilometer mit der Batterie der Fahrt. Und auf einen schönen Tag, extra 30 Kilometer mit der SolarCell. Wenn es ist, kann man es mit der SolarCell? Es sind spezielle SolarCell. Sie sind monocrystallin. Sie sind heute vielleicht nicht viel, aber es ist nicht reine, aber bludy. Sie sind noch bis zu 10 Kilometer. Sie arbeiten auch mit Hausreflexion oder Snowreflexion. Sie sind spezielle SolarCell. Und Sie können die Fahrzeuge in der Fahrt. Ja, es wird möglich. Jetzt können wir die Fahrzeuge in der Fahrt. Okay, cool. Und jetzt haben wir die Fahrzeuge in der Fahrzeuge. Sie können die Batterie benutzen. Ich weiß nicht, was du möchtest. Charge das Telefon. Charge das Telefon. Use das, was du möchtest. Und es ist auch eine freie Phase, die Fahrzeuge in der Fahrzeuge. Und das ist auch eine Fahrzeuge. Und das ist ein Fahrzeuge. Und das ist ein Fahrzeuge. Und das ist ein Fahrzeuge. Das ist ein Fahrzeuge. Ja, das ist ein Fahrzeuge. Ja, natürlich. Dann denkt man einfach zu kurz zu essen. Ja, aber da sind auch ein Fahrzeuge in der Fahrzeuge. Ja, das ist ein Fahrzeuge. Ja, das ist ein Fahrzeuge. Ja, das ist ein Fahrzeuge. Ja. Ja, das ist ein Fahrzeuge. Ja. Ja, da ist ein normaler conventional Airship in der Front. Aber das National Air Filter filters another 20% of the fine dust. Genau. Also als Blech auf jeden Fall. Blech ist natürlich auch. Okay. Und wenn du driving in der Nacht ist es, all green, all blue? Ja, du kannst die Farbe ändern. Ah, wow. Das ist cool. Ja, du kannst auch die Farbe ändern. Du kannst auch die Farbe ändern. Ja, der Art ist auch perfect. Ja, die Tasche wird mit einem Werktelluss-Land. So, du kannst mit deinem Handy mit dem Handy. Und du kannst viele Apps benutzen. Ja. Aber dann braucht es eine Mainstream. Der Preis kostet 6.000 Euro und 4.000 Euro für die Batterie. Das ist nicht zu spät. Es ist eine Person mit der anderen Elektrik. Was ist das? Es ist für ein vegetarischer Fahrer. Es ist wie du mit deinem Essen fahren. Es ist eine spezielle Plante. Es ist ein Filter. Es ist ein Filter, ja. Und du musst es nicht Wasser machen. Die Idee ist, dass wenn du etwas in der Fahrt hast, kannst du sie wissen, welche Teil der Fahrt ist. Und du kannst es selbst in. Also kannst du ein Mechaniker gehen. Und da gibt es eine Instruktion im Text und Videos. Also kannst du es zusammenfassen, wenn du möchtest. Das ist ein Produkt. Und das ist ein Produkt. 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 Leider ist keine Probefahrt möglich. Es sind einfach alle gekommen. Deshalb geben wir jetzt hier auf. Aber jetzt habt ihr mal was gesehen. Ja. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 se Sekretens normalis. Tschüss. bit